Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Annie Spielplatz. Ich bin Annie, die mit dem Hut und endlich ist es soweit. Es ist der 1. Dezember. Alle Kinder und alle wissen natürlich, was das bedeutet. Man kann das erste Törchen am Adventskalender aufmachen. Ein sehr langer ersehnter Tag. Ich bin schon total in der Weihnachtsstimmung. Ihr seht, ich habe mein Weihnachtst-T-Shirt hier angezogen. Und ich habe natürlich auch einen Adventskalender hier, mit dem ich mit euch zusammen ein Advents-Special drehen möchte. Ich werde jeden Tag ein Törchen öffnen, so wie es sich natürlich gehört. Nicht alle aufs Mal, nicht mehrere aufs Mal, immer eines pro Tag. Bis zum 24. Dezember. Ich habe mich für den 3-Frage-Zeichen- Adventskalender entschieden, denn das ist ein ganz spezieller. Da geht es darum, Rätsel zu lösen, um die nächsten Törchen zu finden und die dann aufzumachen. Hier hinten ist schon mal eine Zusammenfassung von der Geschichte, was genau passiert. Das werde ich euch noch nicht verraten. Das seht ihr dann selbst. Ein bisschen eine Zusammenfassung von ein, zwei Sachen, was drin ist. Ich finde es auch gut, dass nicht alles abgezeichnet ist, so wie auf vielen Adventskalenden das schon so gemacht wird. Und eine ganz kleine Beschreibung. Man könnte den hier oben, könnte man den auch aufhängen. Es hat hier ein Loch. Wenn man das möchte, kann man den so dann an die Wand hängen. Aber ich stelle ihn jetzt einfach mal hier hin. Hier unten, da sind die ganzen Törchen drauf und ihr seht, es hat keine Nummer nach dem Törchen. Das ist auch absichtlich so gemacht, denn, wie bereits gesagt, geht es darum, Rätsel zu lösen, um das richtige Törchen zu finden. Dazu gehört natürlich noch mehr als nur hier die Verpackung. Wir haben hier noch so ein Buch dabei. Da wird einem zuerst erklärt, was man genau machen muss. Und da sind dann auch die ganzen Rätsel. Ich denke, ich werde euch jetzt mal schnell die Informationen vorlesen, also im Beginn. Ich fange hier an, reiss das erste weg und hier haben wir die Informationen drin. Es geht eigentlich darum, dass man am 1. Dezember startet und dann hat man immer so eine Information hier. Da geht es storymässig weiter und es kommt ein Rätsel. Wenn man das Rätsel löst, kommt man auf ein Bild. Mit dem Bild kann man hier dann herausfinden, welches Törchen man zu öffnen hat. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal mit dem 1. Dezember an. Also, um zu dem ersten Rätsel zu gelangen, nehmen wir hier den Informationszettel weg. Voilà, und jetzt haben wir hier den 1. Dezember. Wir können hier das lesen, ich lese euch das mal vor. Also, Tante Mathilda lief nervös mit einem Notizblock in der Küche auf und ab. Bald ist Weihnachten und es gibt noch so viel zu tun. Wie soll ich das nur alles schaffen? Justus Jonas öffnete den Kühlschrank und goss sich ein Glas kalte Milch ein. Das sagst du jedes Jahr, grinste er. Was steht denn alles auf dem Block? Seine Tante holte Tiefluft. Also, Adventskranz binden, Kirschkuchen backen, Kamin sauber machen, Lichterketten aufhängen, Geschenk für den Briefträger besorgen, Weihnachtsgans bestellen und, und, und. Und da natürlich der grosse Einkauf. Zum Glück habe ich schon einen langen Einkaufszettel gemacht. Hier auf dem Tisch liegt er. In diesem Moment kam Onkel Titus herein und liess einen Haufen Prospekte auf den Küchentisch fallen. Nun guckt euch an, wie wieder alles in unserem Briefkasten gestopft wurde. Nur Werbung und nutzlose Zeitungen. Dabei warte ich auf eine wichtige Auftragsbestätigung. Das hier kann komplett ins Altpapier. Wütend nahm er den Stapel in die Hand und zerriss alles in kleine Stücke. Tante Mathilda sah ihn entsetzt an. Titus, mein Einkaufszettel war dabei. Jetzt ist der Einkaufszettel natürlich in ganz viele Stücke zerrissen. Und hier unten steht unsere Aufgabe. Und es geht darum, den Einkaufszettel wieder richtig zusammenzusetzen, damit Mathilda weiss, dass sie alles einkaufen muss. Ich nehme mir jetzt hier mal den Stift zur Hilfe. Wenn wir hier die richtige Reihenfolge schaffen, also wir haben hier 1 bis 7 an Zahlen, dann finden wir hier das richtige Türchen zum Aufmachen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem hier, weil da ist ja die Oberseite und der Titel. Also, dann geht es wahrscheinlich mit dem hier weiter, wegen der Einrissform, was hier ein bisschen runter geht. Nehmen wir hier ist das 2. Dann kommt wahrscheinlich das 5, weil hier hat er die Formen, die sind hier noch ein bisschen drauf und vom Einrissmuster passt das auch. Also haben wir hier die 3. Dann geht es weiter mit der 1, weil es hier so speziell runter geht. Das ist hier auch drauf. Also kommt dann nachher die 1. Dann steht hier Adventskalender, glaube ich, und hier steht Ad am Anfang und auch von der Form her. Dann ist wahrscheinlich das 7 die nächste. Dann bleiben noch 3 und 6. Dann kommt hier zuerst die 3 und dann die 6. Also 4, 2, 5, 1, 7, 3, 6. Das ist hier beim zweiten Bildchen mit Eimer und Schaufel. Jetzt gehen wir auf dem Adventskalender schauen, wo wir dieses Bildchen finden. So, jetzt nehmen wir hier den Adventskalender und schauen, ob wir hier irgendwo dieses Bildchen finden. Und zwar mit Schaufel und Eimer. Das wäre das hier unten. Jetzt können wir da das eindrücken und schauen, was dabei rauskommt. Oh, ich bin nicht so geschickt. So, wir haben hier etwas rausbekommen. Ich nehme das hier komplett weg, dass man sieht, dass hier das erste Töhrchen geöffnet wurde. Schliße ich den wieder und dann schauen wir uns mal an, was das hier ist. Das ist auf der Rückseite von unserem Rätselblatt, das wir jetzt gelöst haben, ist die Erklärung, was es genau ist. Die sieht so aus. Mal schauen, was es ist. Und zwar ist es ein Codierschieber. Dieser Schieber hilft dir, Nachrichten zu verschlüsseln. Die Buchstaben einer Nachricht werden hier einfach durch eine andere ersetzt. Und nur derjenige, der den Codeschlüssel hat, kann die Nachricht entziffern. Also, man kann hier, ihr seht das wahrscheinlich nicht so gut, hier am oberen Rand ist das ABC und am unteren Rand auch. Und dann geht es eigentlich so darum, dass man wie hier, dass man da zeichnet, welche Buchstabe welche entspricht. Also, hier haben wir zum Beispiel das A entspricht dann dem O hier unten. Das heisst, man braucht einfach dieses Blatt Papier, das man da reinschieben kann. Und dann, wenn der Kollege oder die Kollegin das auch hat, kann er das reinschieben und die Antwort entziffern. Ich glaube, wir werden das jetzt am besten gerade mal schnell ausprobieren. Also, das ist meine Dekodierscheibe. Ihr seht hier oben das Alphabet und unten das Alphabet. Und die Striche verbinden jetzt immer die Buchstaben. Also, das A hier, wenn man der Linie folgt, entspricht einem J und so weiter. Und so kann ich jetzt etwas aufschreiben und das dann nachher wieder dekodieren. Mal schauen. So, das ist mein Wort. Mal schauen, ob jemand von euch herausfindet, was das alles bedeutet. Was ist das wohl? Was habe ich hier aufgeschrieben? Hier nochmal für euch die Dekodierscheibe, damit ihr es euch anschauen könnt. Dann seht ihr, was ich da wirklich geschrieben habe. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Wer hat als erstes das richtige Wort herausgefunden? Spannend, spannend. Um die Nachricht wieder zu verschlüsseln, einfach das Papierchen hier rausziehen. Nicht wegschmeißen, sonst wisst ihr am Schluss selber nicht mehr, was ich geschrieben habe, sondern dem Kollegen weitergeben. Und niemand kann mir eine Botschaft entschlüsseln. Das war das erste Gadget, Detektiv-Gadget, das wir gefunden haben, am ersten Tag im Dezember. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich möchte am liebsten gern weitermachen, aber das geht nicht. Natürlich erst morgen kommt dann das zweite Türchen, am 2. Dezember. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit. Und bis morgen. Tiddi! Tschüss. Tschüss. Okay.